Hallo Leute! Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und es ist ein bisschen ungewöhnliches Setting, glaube ich. Dieses Video wird so ein Video, wo ihr euch einen Tee nehmen müsst und euch ein bisschen Zeit nehmen müsst. Es wird kein actionreiches, stilistisch durchdachtes Konzeptvideo von Jaco Wusch. Ich hatte gerade das Bedürfnis zu reden und habe einfach die Kamera angemacht. Und vielleicht ein bisschen Herbstdeko aufgestellt, weil ich gerade den übelsten Herbstdeko, überhaupt Herbstflash, überhaupt habe. Ich fand den immer richtig kacke und dieses Jahr bin ich so richtig Feuer und Flamme. Aber das ist cool. Es ist cool, wenn man Sachen nicht mehr scheiße findet, weil es ist nicht cool, Sachen scheiße zu finden. Ja, ja, das ist... Wow, wow, ihr habt bestimmt jetzt gerade was richtig Neues gelernt. You're welcome! Also erstmal möchte ich sagen, dass das kein Statement ist, ja? Das ist einfach nur eine Tasse, die hier in der WG steht. Wahrscheinlich, weil sie irgendwer irgendwo geklaut hat. Ich hatte eigentlich vor, so eine Art Video wie das hier zu meinen 100.000 Abonnenten zu machen, wenn ich die irgendwann mal habe. Aber aus irgendeinem Grund stand ich eben in der Küche und habe den Spüler ausgeräumt. Und ich musste so krass über dieses Thema nachdenken und über euch und alles, diese ganze Situation auf meinem Kanal. Und zwar ist es... Ich möchte einfach Danke sagen. Und das klingt jetzt komisch und ich weiß, ganz viele YouTuber haben sowas schon gesagt. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz großer Aspekt in meinem Leben. Eine Sache, die mein Leben so krass beeinflusst. Also, okay, ich fange jetzt mal von vorne an, um zu erklären, wie ich überhaupt auf diesen Gedanken komme. Ich bin YouTuberin. YouTuberin. Ja, schon sehr lange. Schon seit 2012. Also, schon seit vier Jahren. So, und ich habe in diesen vier Jahren sehr, sehr viele YouTuber kennengelernt. Und ja, so wie das halt ist. So wie das auch ist, wenn man irgendwie einen anderen Job oder ein anderes Hobby hat, dann findet man einfach über Jahre hinweg Leute, die irgendwie dasselbe machen wie man selbst. Und naja, ja, ist mir in vielen dieser Gesprächen immer eine Sache aufgefallen. Nicht bei allen, nicht bei allen YouTubern, aber bei vielen. Dass sie sagen, dass sie manchmal traurig sind, dass sie nicht so sein können, wie sie wirklich sind. Oder in anderen Zusammenhängen, dass sie gerne dieses und jene Sache umsetzen würden. Oder diese und jene Sponsoren mit ins Boot holen würden. Oder, ja, gewisse Dinge gerne kommunizieren würden, aber, oder einen gewissen Humor transportieren würden. Aber das einfach nicht geht, weil YouTube-Zuschauer sowas nicht sehen wollen. Es ist einfach so krass, was ich manchmal woanders höre, wie viele YouTuber, die wirklich, die ich für richtig schlau halte. Und cool und nett. Solche Probleme haben mit ihren Zuschauern Verurteilungen, Pauschalisierungen und ich habe das einfach nicht. Ich habe das nicht. Klar habe ich bestimmt ein paar Arschlöcher dabei. Bestimmt auch jetzt gerade gucken vier, fünf Arschlöcher zu. Das kann sehr gut sein, wenn ich das so sagen darf. Seid mal ruhig da hinten. Ich nehme das Mann zurück. Es war die Pipapüpo. Und die darf immer klingeln, weil die sehr cool ist. Wenn ihr sie nicht kennt, dann solltet ihr sie kennen. Ich verlinke sie immer in der Infobox. Auf jeden Fall wollte ich euch einfach mal sagen, ich weiß, wie ihr in der Masse wirkt. Und ich glaube, dass ich so viele coole Menschen um mich herum gesammelt habe, weil ich mich getraut habe, so zu sein, wie ich wirklich bin. Das zu sagen, was ich wirklich denke. Und parallel niemals ein Hype um mich entstanden ist. Ganz viele Leute wünschen sich auf YouTube immer einen Hype. Das bedeutet, dass sie voll krasse Kollaborationen machen und hochgezogen werden. Das hat natürlich alles seine Vorteile. Man verdient eine Menge mehr Kohle. Man hat eine Menge mehr Aufmerksamkeit. Ich glaube, wenige würden da Nein sagen. Ich weiß nicht mal, ob ich da Nein sagen würde. Das kann ich jetzt gar nicht sagen, wenn mir jemand das so hinhalten würde. Würde man es vielleicht schon probieren. Ich habe halt einen Vorteil darum, dass ich halt organisch gewachsen bin. Es sind nur Leute auf meinem Kanal kleben geblieben, die halt wirklich mich mögen. Und das cool finden, was ich mache. Und das ist einfach so cool. Mann, ich habe das Gefühl, ich erzähle voll die langweiligen Sachen. Aber ich wollte das einfach mal sagen, wie cool ihr seid so. Also jetzt zum Beispiel mal so als Beispiel. Ich habe mal mit anderen YouTubern, Live with Sandi und Benni, die haben ein Zuschauertreffen gemacht. Und ich habe so ein, zwei Stunden vorher gesagt, dass ich dann auch da bin. Und dann sind zum Beispiel zwei Zuschauerinnen von mir gekommen, die ich hier ganz lieb grüße. Und es war einfach so cool, weil, ich weiß nicht, es ist, man merkt diese, also das waren halt einfach zwei Mädchen. Mit denen, das könnten meine Freundinnen sein, wisst ihr? So, die waren einfach richtig cool. Die waren nett, die waren höflich, die waren lustig. Sie hatten bunte Haare. Sie hätten einfach, ja, wir hätten einen, wir könnten eine Girlgroup zusammen eröffnen. Und dann denke ich an Tim, der mir jeden Tag bei Snapchat irgendwas erzählt und mir coole Serientipps gibt. Und mir von seiner 9H-Geschichte erzählt. Oder Zuschauer aus dem Wettekind-Gymnasium, die mir Snaps aus dem Unterricht mit meinem ehemaligen Pädagogik-Lehrer Herr Meise schicken. Es ist halt, es macht einfach Spaß, es ist cool und ich möchte einfach, dass ihr das wisst, weil ihr seid mittlerweile so viele. Ey, Leute, wir sind jetzt 83.000 Menschen. Ich meine, die gucken ja nicht alle zu, man hat ja nie so viele Klicks wie, ne? Aber ihr müsst euch vorstellen, was natürlich auch für eine Masse an Nachrichten dann eintrudelt. Und man kann nicht jedem einzeln sagen, wie cool er ist. Und ich möchte einfach, dass ihr das wisst. Und so, außerdem haben wir Ende des Jahres und du sagst mal nette Sachen, weil es macht gute Energie. Ja. Ich war gestern mit einer YouTuberin, äh, vorgestern mit einer YouTuberin unterwegs und wir haben da was zusammen gedreht. Und da haben wir über sowas geredet und da hat sie gesagt, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel so auf einem Erfolg gehypt werden würde, irgendeinen Grund würde ich so auf 100.000, 200.000 Abonnenten schießen. Ich glaube, da müsste ich mich erstmal eine Woche zurückziehen, weil ich überhaupt nicht wüsste, was ich machen soll. Weil, was für ein Video soll jetzt das nächste sein? Das muss ja jetzt was voll Tolles sein, um den Erwartungen standzuhalten. Ja, dann ist mein Video jetzt, dieses, ähm, vom One-Night-Stand zur großen Liebe, was garantiert fast jeder von euch gesehen hat, weil ich das Gefühl habe, irgendwie jeder hat es gesehen. Es ist halt auf der Startseite gelandet und hat deswegen mehrere Klicks. Also es hat 170.000, nee, 170.000 oder 180.000 Klicks aktuell. Äh, und normalerweise hat ein Video bei mir durchschnittlich 20.000 Klicks. Also es ist, ne, wesentlich besser geklickt. Also dann kamen halt ganz viele neue Abonnenten dazu. Hallo übrigens. Und ich habe sofort Druck gespürt und habe gedacht, was soll ich denn jetzt veröffentlichen? Es muss jetzt was voll Krasses sein. Und dann habe ich eben über euch nachgedacht und wie cool ihr seid. Und ich habe euch auf Snapchat gefragt, ob ihr mir Kürbisrezepte schicken könnt. Und ihr habt mir Kürbisrezepte geschickt. Oder ich erzähle, dass ich einen Kräutergarten anbaue. Und dann schickt ihr mir Fotos von eurem Kräutergärten. Und das hat mich eben so glücklich gemacht, dass ihr Leute seid, die mir einfach Kürbisrezepte schicken können. Ihr seid halt so wie ich. Versteht ihr? Und deswegen verstehe ich mich so gut mit euch. Und dann ist mir klar geworden, es ist mir voll egal. Es ist mir kackegal, was das nächste Video ist. Weil die Menschen, die ich richtig cool finde und weswegen ich das hier alles mache und weswegen das schon Spaß macht, die sind ja sowieso schon da gewesen. Und wenn die, die neu dazugekommen sind, mich jetzt uncool finden, weil ich ein langweiliges Video mache, dann ist das halt so. So ganz viele YouTuber haben zum Beispiel Angst vor Product Placements. Und ja, dann kommt der Shitstorm. Wie oft höre ich das Wort Hater und Shitstorm. Und bei mir ist das halt nicht so. Ich sage halt auf Snapchat, ey Leute, ich brauche von jetzt das Jahr für ein Projekt Kohle. Ich habe überlegt, ob ich einen Weihnachtskalender mache. Da kommen dann voll viele Product Placements, aber auch coole Videothemen. Ist das scheiße? Und ihr schreibt mir halt so, hey Jaco, mach halt, was du willst. Alles gut. So, hey, warum fragst du uns das? Und ja, das ist einfach voll geil. Und dadurch mag ich euch. Und deswegen suche ich dann auch wieder Sachen raus, die ich cool finde, weil ich euch Sachen zeigen will. Nur Sachen zeigen will und Sachen bewerben will, die ich cool finde. Wisst ihr? Oder wenn ich was scheiße finde, kann ich sagen, wenn ich was gut finde. Wenn ich zum Beispiel sage, das und das finde ich richtig scheiße. Oder das verstehe ich nicht. Dann kriege ich nicht Menschen, die mir sagen, du bist jetzt voll blöd, weil du das gesagt hast. Sondern ihr seid Leute, die mir dann schreiben, Jaco, ich kann das voll verstehen, was du gesagt hast. Aber weißt du was? Ich sehe das ein bisschen anders und ich erkläre dir das jetzt mal aus einer anderen Perspektive. Vielleicht siehst du das dann. Verstehst du das dann? Vielleicht aber auch nicht. Solche Nachrichten kriege ich. Wenn ich in meinen Videos irgendeine Kosmetik zeige, die, keine Ahnung, das ist jetzt nur ein Beispiel. Das gab es einmal in der Vergangenheit. Die an Tieren getestet wurde. Meine Zuschauer wissen, das ist mir schon irgendwie wichtig, auf sowas zu achten. Aber ich habe viele Sachen nicht auf dem Schirm. Gerade letztens im Urlaub habe ich ein voll geiles, schönes Tagebuch gekauft. Und dann komme ich nach Hause und mein Freund sagt zu mir, hä, ist der Umband nicht aus Leder? Und ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich bin ein Mensch mit Fehlern, ja? Und ganz viele Leute werden immer so geschitztormt im Internet. Ihr macht das aber nicht. Ihr sagt mir, Jaco, okay, Jaco, ich muss dir sowas sagen. Ich habe da ein neues Video gesehen. Ich habe gesehen, dass du den und den Eyeliner gehabt hast. Der ist von der und der Marke und der gehört zu dem, der und dem Konzern. Und die machen richtig fiese Sachen mit Tieren. Der und der Kajal, den habe ich mir stattdessen gekauft oder Eyeliner oder was weiß ich was. Probe den mal aus. Das macht mich glücklich. Versteht ihr das? Ihr seid tolerant, ihr seid verständnisvoll, ihr seid cool, ihr seid schlau. Ich mache mir gerade selbst Komplimente, weil ich eben gesagt habe, ihr seid so wie ich. So ist es nicht gemeint. Ich will damit nur sagen, wir sind auf einer Wellenlänge. So kann man das sagen. Und das ist sehr, sehr cool. Ja. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ja, ich weiß nicht, ob dieses Video jetzt total überflüssig war. Aber es ist für mein Herz wichtig irgendwie. Es ist wichtig für mich, das zu sagen. Und auch wenn es langweilig ist. Man muss auch einfach mal sich hinsetzen und einfach mal sagen, was man denkt. Ja, es kann nicht immer Action Jackson sein. Und ich begrüße alle neuen Menschen. Ich hatte übrigens ganz doll Angst vor der Startseite. Und ich habe nur vier richtig fiese Kommentare bekommen von 8 oder 900. Richtig krasser Shit, oder? Ganz im Ernst, so eine bessere Quote gibt es ja wohl nicht. Ja, ich habe sie gelöscht. So etwas sagt man nicht im Internet. So etwas macht man nur heimlich. Ja, ich lasse halt keine Beleidigungen stehen. Wenn jemand sagt, du behinderte Fotze hast dich vögeln lassen. Du bist ein Stück Scheiße. Dann lasse ich das nicht stehen. So etwas hat unter meinen Videos nichts zu suchen. Dann können jetzt Leute sagen, das ist Meinungsfreiheit. Ich sage, das ist dann ein Kanal mit Arschlochfreiheit. Ihr könnt mich auch, man darf sich auch mal zur Eigenwerbung trauen. Ihr dürft mich auch mal auf Instagram und Snapchat besuchen. Das sind Plattformen, wo sowas öfter vorkommt. Bei Instagram verfasse ich meine möchte gern liebten Texte. Und auf Snapchat, ja, da habe ich euch einfach gerne dabei. Da könnt ihr mir dann auch, vielleicht wisst ihr ein Kürbisrezept und möchtet es mir schicken. Gut. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Ihr seid süß, ihr seid klein. Ihr seid klein, klein, klein. Kleine, süße Würmchen in Türmchen und Hasen in Vasen und Schnecken in Ecken und Mäuse in Häusen. Eine Maus in einem Haus. Macht's gut. Tschüssi.